Ok... Freut mich! Yeaaah! Jetzt mach ich mal so richtig auf! Party! Hallo! Tokul! Sieht ihr da? Ja, der hat keine Chance. Und jetzt? Ich dachte, die werden immer so hart umkämpft! Ich versteh es nicht! Vielleicht sind die alle am Schlaf! Halb so... Ich kann Tokul nicht mehr lang! Ich bin so müde! Hm... Möchte mal gerne einen Tor... Yes, Tokul! Kampf sehen! Nein! Niemand... Bock? Nehme es auf! Häahhhh! Mööö! Scheinbar nicht. Hallo? Ja, so wird es nichts. Ich lock ihn mal wieder raus. Komm. Er blöb. Er blöb. Zwerg. Schütze. Läbel. Geißer. Der hat einen grünen Bart. Ja. Live in der Ausnahme. Ja. Ja. Tollwürdiger Werewolf. Der levelt mich jetzt ein bisschen. Kann man die Erfahrung bekommen bei dem. Ja. Ja. Ist halt schlecht. Wenn man nicht trifft. Ja. Der wieder steht natürlich. Alles. Schafft er das? Ja. Ein bisschen Waffen. So. Ja. So geht man nur so einen. Ahaha. Anführer trifft nichts. Ja. Das wird schwer. Ne. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Ich hämmel ab. Ja. Das ist der Paar. Nein. Das ist Schütze. Ja. Hm. Zu schwer. Viel zu schwer. Puh. Überlebt. Nein. 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 Levele alleine. Quests. Mach. Ich. Mach. 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 Späte. Späte. Nen. Leaf. Stream. Brauche. Aber. Glas. Faser. Wlan. Zuerst. So. Find... So. Zwölf Stunden. Leaf. Stream. Trag. Trag. Ja, wieso nicht? Teilweise dann ein bisschen verschlafen, aber ja, ich zocke eigentlich den ganzen Tag, also wieso nicht euch auch zeigen, das live. Komme viel hier herum, suche nach Weihnachts bei mir und mag noch nicht und schadte halt viel Nein, danke, nicht angreifen, schade. Ja, ich mache dann aber eine extra Aufnahme. Ich mache dann ein Spezial-Video. Dann können die das im eigenen Video dann sehen. Und wenn nicht, dann hat nicht, ich kann es ja nicht stellen. Ich kann die nur ermutigen, aber das wird nicht viel helfen. Da ist er wieder. Und legt. Oder ich lege. Ich kann mich nicht mehr sagen, ich kann es ja nicht mehr machen. Ich kann es ja nicht mehr machen, aber es geht nicht mehr. Ich kann es ja nicht mehr machen, ich kann es nicht mehr machen. Schiiiit! Der hat dem... Ja, da muss man aufpassen. Mit vielen Beschwerern kommen. Und Paladine. Ja. Nur Handelschrott. Ah, so eines. So. Ich habe wirklich nichts Gescheites. Irgendwie droppt bei mir nichts mehr vom Gegner. Ist kein Bug. Das ist ein Future. Oh, das ist ja allen bekannt. Kann man hier hoch? Nein. Schade. Also gehen wir wieder zurück. Skywalker. Ähm. Ja. Man sieht es, dass er hier ist. Man sieht es, dass du hier bist. Naja. Sagt so die Map. Ah, da kommt er. Haha. Das ist diese Insel, die wir am Anfang waren. Hier drauf war ich gestern. Hm. Ist einfach ein Tor und dann kann man irgendwo auf eine andere Insel. Ob es die ist dort, weiß ich jetzt nicht. Nö. Nö. Habe mit 74 aufgehört. Äh. Gehört. So. Ich kann so nicht sein. Ich habe immer die Tastatur soweit links. Hm. Das schafft er wahrscheinlich auch nicht. Das schafft er wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist wohl schon ein bisschen leichter. Aber wir treffen null. Ah ja, können wir eine Treffenschance haben. Ja, treffen trotzdem mal. Cool. Nichts bekommen. Zu wenig getroffen, oder was? Hm. Da ist schon wieder der Anführ. Cooler Angriff der Blitz. Sechs Schaden. Sechs Schaden. Sechs Schaden. Wow. Da kann ich natürlich nicht zu viel machen. Hm. Ich treff nie. Ja, der fliegt wieder. Ich auch mal wieder. Genau. Erstmal ein bisschen sicher. Oder? Schafft er es? Nein, er schafft es nicht. Ja. Ja. Lass dich nicht erwischen. Komm hier hoch. Oder? Wie will er sich heilen? Der will sich heilen. Aber das geht lange. So 4000 Leben. 5000 Leben. Weiß ich wieviel die haben. Oder sogar noch mehr. Wird schwer. Ja. Ja. Er verliert jetzt mehr. Ich kann nichts machen. Ich kann kein Damage machen. Ich kann ihn nicht anlocken. Das funktionieren tut er auch nicht. Ja. Was soll ich machen? Ich weiß nicht. Ah, zwei Schaden. Wegreißen kann funktionieren. Ja, Erfolg. Das heißt 20% weniger Leben. So. Nicht Leben, ähm, Vitalität. Wie das heißt. Yeah. Applaudieren, so. Ja, applaudieren ist 5. Wieso steht dann immer 5? Hahaha. Flachen Fliegelbogen. Hm, nice. Guter Bogen.